Ein Innenberater ist ein Stylist, der für die Innenberatung verantwortlich ist. Als Innenberater sind Sie in der Regel im Groß- oder Einzelhandel tätig, können aber auch als selbstständiger Unternehmer tätig sein, wenn Sie über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Der Beruf des Innenberaters sollte als ein Beruf auf mindestens MBO-Stufe 4 angesehen werden. Als Innenberater können Sie daher auf unterschiedliche Weise arbeiten. Im Allgemeinen haben Sie als Innenberater eine Führungsposition innerhalb der Organisation inne, für die Sie arbeiten. So ist es durchaus denkbar, dass ein Innenberater als Abteilungsleiter oder vielleicht als Niederlassungsleiter betrachtet werden kann. Was genau ein Innenberater leistet, hängt stark von der Art des Arbeitgebers ab, denn die Position kann je nach Arbeitgeber unterschiedlich sein. Die Tätigkeiten im Einzelhandel zielen häufig auf die Beratung von Menschen ab und die Arbeit im Großhandel oder als selbstständiger Unternehmer konzentriert sich in der Regel eher auf die Beratung und tatsächliche Durchführung von Arbeiten, wie ZB die Umgestaltung eines Eigenheims oder anderer Gebäude. Um zu einer guten Innen- und Farbberatung zu gelangen, ist es wichtig, das Gesamtdesign eines Hauses oder Arbeitsbereichs einzubeziehen, wie ZB die Tapete, die Vorhänge, die Lackfarben, die Polsterung, die Beleuchtung, die Möbel, das Tageslicht und alle losen Wohnaccessoires. Der Beruf des Innenberaters hat keinen weiteren Berufsschutz, was bedeutet, dass jeder vorgeben kann und darf, ein Innenberater zu sein. Dies ist ein wichtiger Unterschied zum Beruf des Innenarchitekten, da der Beruf des Innenarchitekten ein geschützter Titel ist. Ein Innenarchitekt kann daher nicht als Innenarchitekt angesehen werden, da es sich um verschiedene Berufe handelt.